Ungeheuer, guten Tag mit euch und willkommen zur nächsten Folge von VARO, wir schauen auf dem Server in 3, 2, 1 und wir hoffen, dass Manos Internetprobleme jetzt ein bisschen behoben sind, denn wir hatten beim letzten Mal noch ein paar Probleme. Was ist denn das? Und ich würde sagen, wir schreiben einfach gar nichts im Chat. Wir sind jetzt gerade einem Team nachgejoint. Oh, hast du den Enderman angeguckt? Äh, nee, ich bin gerade im Inventar und dachte mir, YOLO, zwack, zwack. Das hört sich richtig ekelhaft an, was der gerade macht, der Enderman. Ja, der nudelt da gerade rum. Ähm, wo ist der denn? Keine Ahnung, der war gerade da und jetzt ist der weg. Oh, einfach so eine Enderperle. Und go, okay. Ich esse da mal was. Pack nochmal im anderen Fleisch. Was denkst du, wo die sein könnten? Spawn. Spawn? Ja, ist eigentlich am wahrscheinlichsten. Okay, lass mal gucken. Oh man, ey, und das war so cool, wie ich einfach, äh, Spark übersehen habe. Ich meine, im Nachhinein war ich ja noch im Inventar, aber trotzdem. Du erzählst aber, was 80 Folgen her ist schon. Ja, ich musste gerade dran denken. Okay, du hast dich gerade eben nach vorne geportet. Sehr gut, Internet, danke. Oh, jetzt geht der los. Ach ja, gutes, gutes Internet und Varro ist einfach Töfte. Gute Kombo, ne? Ja, finde ich. Okay. Hey, ist der Spalter. Ich finde es schade, dass wir so wenig Tiere gefunden haben. Ja. Ich hätte gerne noch ein paar Tiere gegessen. Und ich dachte, du wärst Veganer? Nee. Ich heiße Ökos. Können mich alle malen. Alles Propaganda. Ich will nur Fleisch. Fleisch. Nicht so viel springen, Simon. Hör auf. Ich springe so viel, wie ich will. Okay, ich auch. Gehen wir jetzt auf jeden Fall in die Hölle oder sammeln wir jetzt essen? Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall in die Hölle, oder? Ach, Spark kommt rein. Ja, toll. Jetzt wollten wir gegen dener kämpfen, jetzt kommt Spark rein. Ist doch egal, wir kämpfen gegen alle. Mir alles scheißegal. Komm, wir gehen zur Mitte. Okay. Sekunde, ich check mal kurz was. Da ist ein Portal. Da ist ein Schweinchen noch. Warte kurz, das finde ich mal eben an. Ich sehe niemanden. Aber das heißt bei mir nix. Wenn die jetzt da sind, wenn Spark und Dingens jetzt da sind, dann gehen wir einfach drauf. Ja, ja. Scheiß drauf, ey. Ich muss auch ganz ehrlich sagen. Immer dieses hin und her. Okay. Ich sehe aber echt noch gar keinen. Nur ich vertraue mir selber nicht mehr. Was, du willst echt in die Hölle rein? Ja, wir brauchen Level. Okay. Wenn wir da jemanden finden, dann finden wir jemanden. Okay. In der Hölle brauchst du die Waffe einmal nicht mehr. Äh, ja stimmt. Wir können die Wasser einmal durch. Es ist auch am wahrscheinlichsten, dass die hier irgendwo sind. Hä? Meine Namen einmal sind. Achso, ich dachte, sie wären weg. Der letzte Part von denen ist halt echt in der Hölle gewesen. Also der vorletzte. Vielleicht sehen wir ihren Namen. Wer weiß schon. Wer weiß das schon. Wer weiß das schon. Hier sind Pilze. Okay. Ich habe eine Idee, wo wir hingehen. Oh. Wir haben eine Idee, wo wir hingehen. Komm mit. Wir gehen dahin, wo Zombies Loch war. Da kommen wir direkt in ein neues Gebiet, wo wahrscheinlich auch keiner so viel abgefarmt hat. Und dann können wir da ein bisschen Quarz sammeln. Vielleicht stoßen wir auf den einen oder anderen. Also es zeigt sich. Ich kann mir auch vorstellen, dass die da lang gegangen sind. Im Nachhinein. Also es zeigt sich halt momentan keiner. Und es sagt auch keiner, wo der ist. Naja. Wir hoffen einfach mal, dass wir ein bisschen auf Glück jemanden finden. Und wenn nicht, dann nicht. Mein Essen geht zur Neige. Okay. Genau. Und er macht einfach den Ultrasprint an. Jaja. Scheiß auf Essen. Oh, ich hole dich. Yeah. Yeah. Ey. Ich bin hängen geblieben. Ja, das ist mir schon lange bewusst. Echt? Okay. Okay. Hier sind auf jeden Fall Leute gewesen. Aber da hast du mal direkt... Sammle alles an Dinge, was du kriegen kannst. Oh. Jetzt sind wieder... Jetzt sind wieder der Säufer voll. Ja, cool. Okay. Ja, toll. Damit alles an der Quatsch, was du kriegen kannst, ja? Ja, ich sehe nichts. Ist egal, welches Team wir... Ist egal, welches Team wir... Wie wir gehen. Wie ein Team, wie wir gehen, dann kämpfen wir. Aber wir gehen nicht zu einem Team, zu einem Treffpunkt. Weil... Das ist einfach... Quatsch. Alter, was mache ich denn mit dem Essen? Ich habe einen Spitzhack, verdammt. Mein Fitt nicht verzaut. Kannst du mir kurz einen neuen Spitzhack erleben? An dem Ding da... Na gut, mach du ehrlich. Ich mache es. Ich habe da ja keinen Sticks, weil ich kein Holz habe. Äh, warte. Hier, nimm alles. Und den Zaubertisch müsstest du mir aufstellen. Äh, hier, nimm alles. Ey, dieser Platzmangel, ne? Ich töte mich bald. Oh nein! Wenn ich so weiter mache, kriegst du meine Level. Vielleicht sterben wir ja. Das wäre ja zu. Ähm. Scheiß auf den Lave-Eimer. Blöcke sind wichtiger. Wäre auch geil, wenn der Kampf jetzt so beginnen würde und ich einfach runterknall. Direkt tot. Das wäre auch geil, da hast du recht. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, wäre töfter. Fünf Level! Effizienz und Haltbarkeit. Krass. Ich habe eine richtig nice Spitzhack bekommen. Amboss. Erstmal der zerstörte Amboss, Leute. Okay. Auf geht's. Hä? Oh, cool. Cooler Leck. Schutz 3! Oh, hier ist richtig viel Quarz. Oh ja. Oh ja. Schutz 3, mein Arschloch. Letztes Mal brauchst du noch, ne? Ja. Ja, scheiße. Ich glaube, das finden wir hier nicht. Ja, da könntest du richtig liegen. Mit dieser Vermutung. So. Alter, ist mit meiner Maus empfindlichkeit los. Soll ich hier wieder alles mitnehmen? Wo? Ja, hier den Verzauberungstisch. Ja, ja, klar. Dann war es mit. Ja. Wohin? Ähm. Ich würde sagen. Wo bist du? Ich bin einfach da weiter lang gegangen. Also quasi in die gleiche Richtung, wovon wir gekommen sind, weiter gegangen. Hier hat auf jeden Fall jemand... Ah, das warst du dann vielleicht? Oder wer war das? Meister, oben in der Luft diese Ding? Nee, das habe ich nicht gemacht. Nee, das habe ich nicht gemacht. Aber ich sehe dich gerade. Das hast du gerade abgebaut. Ja. Sieht schön aus, ne? Ich bin da unten. Ich bin ein bisschen weiter. Da habe ich jetzt 10 Level. Ah, hier wahrscheinlich. Ich lade da fast hoch. Ich lade da ein Video hoch. Und trotzdem habe ich kein Telefon mehr. Du bist so richtig am Arsch. Ich bin geplagt. Ich bin runtergesprungen. Ach, da bist du. Nee, Donny Hussen. Da bist du, ja. Nee, ich habe dich gerade verwechselt mit einem... Mit einem anderen Team. Ja, genau. So wie immer. Na, beim letzten Mal, da bin ich gerade erst aufgewacht, ja? Das zählt nicht. Ich gerade mich hier gerade runter. Kommst du mit? Ich glaube, ich hoch. Okay, Schuss. Hier unten ist richtig viel. Hier unten ist richtig viel. Also, MC Expert und Weni müssen ja am Spawn sein. Ja, ich glaube nicht, dass die ahnen, dass wir hier sind. Ich komme auch runter. Ja. Was wäre so schön, wenn ich ein Fallschaden sterbe. Aber dann hat er starb. Hä, woran? Und wer hat ihn getötet? Können wir das dann bitte so nacheditieren, als wenn ich dich getötet hätte? Ja. Das machen wir dann. Okay, cool. Ich mach dir keine Sorgen. So. Okay, ich bin unten. Äh. Bist du auch hier unten? Ja, was verbinde ich denn jetzt? Ja, hast du den Armut schon aufgestellt? Nee. Wo bist du denn? Ich stelle ihn einfach mal hierhin, wo ich bin. Weißt du nicht, wo du abgammelst? Ah, da bist du. Ich sehe dich. Ach, deine Wand? Ja. Okay, ich hab jetzt 15 Level, deswegen mach ich das erst mal am Boss. Damit ich noch weiter effektiv farmen kann, weißt du? Ohne noch zu schwenden. Ja, ja. Ja, ja, kenn ich. So. Ich hab ein Schärfe 2 Schwert. Hä? Du wolltest doch dein Schärfe 5 Ding machen. Ja, ja, klar. Ich hab's nur nochmal eben zusammengecrumbt. 19 Level brauche ich. 19 Level. Ich hab ne Schutz 3 Diabrust. Alter, 19 Level. Wie soll ich denn an 19 Level rankommen? Ein Bogen wär auf jeden Fall krass. Ich brauch einen besseren Bogen. Ist sogar das, eigentlich das Wichtigste. Hast du noch einen Bogen für mich? Nee. Nur einen Bogen mit Stärke 4. Mit Stärke 4? Hab ich Stärke 3? Ah ja. Okay, ich dachte, ich hätte Stärke 2. Ich hab Schutz 3, Schutz 2, Schutz 2 auf meiner Rüstung. Ich hab auch für Schuhe Schutz 3. Und auf dem anderen... Was für ein Schwerter hast du? Weil ich hab ja noch dieses kaputte Schärfe 4 Schwert. Ja, ich hab auch ein Schärfe 4 Schwert. Zwei Schärfe 4 Schwert. Drei Schärfe 4 Schwerter. Hier, ich kann dir das geben immer. Oh mein Gott, du hast drei Schärfe 4 Schwerter. Hä? Du hast drei Schärfe 4 Schwerter? Nee, ist das... Hä? Das war Schärfe 2. Ja, ich bin behindert. Aber ich habe auf jeden Fall noch zwei Schärfe 4. Okay. Oh man. Ja, aber... Was soll ich jetzt damit? Okay, tschüss. Ja, werf weg. Wir werden eh nicht mehr diese Schwerter verbinden. Glaube nicht. Nee, glaubst du, wir machen wir nicht mehr? Ja, ich schon. Du nicht. Oh man. Ach, Leute. Wir haben uns verlaufen. Okay. Wir auch. Lauf. Hä? Genau. Er schreibt schon selber. Er hat sich verlaufen. Oh. Hier gibt es noch mehr. Fehlen ja nur noch elf Level, ne? Für das Schärfe 5 Schwerter oder was? Ja. Ich möchte dafür gerne einen ganzen Schärfe 4 Schwerter haben. Ja, Chris aber nicht. Wenn du dir als Schärfe 5 Schwerter schnappst. Ja, geht ja nicht. Hä, warum nicht? Weil ich nur zwei Schärfe 4 Dinge habe. Ja. Dann verbinden wir einen Kaputt von mir. Ach und du willst, du willst, ach so. Naja, meinst du, nee, wir tauschen einfach. Ich nehme mal für deinen Kaputteres. Ja. Das ist noch ein komplett Ganzes, oder? Ja, ja. Vielleicht kann's, ja, vielleicht geht das auch so. Ich weiß nicht, ob das dann mehr Level schluckt. Ja, aber ist doch egal. Lieber mehr Level als noch irgendwann das Schwerter komplett weg. Dafür ist dann ein Schwerter... Ja, also ich finde das voll cool. Mitten im Kampf so. Mein Schwerter ist kaputt. Das wäre echt toll. Ja. Dufte. Okay. So. Du bist da oben? Ja, aber bitte nicht das Quarzop, sonst sterbe ich. Ne, ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt. Ich hab acht Level. Oh, ich hab elf. Also ich hab alles... Der ist jetzt wieder der bessere Mine-Krafter. Ich hab alles, was ich brauche, eigentlich verzaubert. Also wir können jetzt in den Kampf, wenn du jetzt das Schwert noch machst. Wie viel Schwert braucht ihr? 19? Insgesamt 19, ich habe 12. Dann mach mal. Dann mach mal eben. Okay, ich mach mal ganz kurz. Also hier ist nichts mehr. Hier unten. Hast du das Ding schon mitgenommen? Ne. Also da müsste noch der Amboss sein, glaube ich. Ne, ich hier nicht mehr. Hast du locker dabei, oder? Ne. Ich hab nur einen Amboss. Hä? Der ist ja kaputt gegangen. Anscheinend. Wenn du meinst, da ist keiner, dann ja. Oh ja, hier. Ja, ich hab eine gute Quelle. Sehr gut. Quelle? Viel Mann. Sehr gut, Manu. Ich lass dir auch erstmal die Erfahrung, weil ich will erstmal, dass du dann 19 kriegst. Das ist auch gar nicht mehr nötig. Im Leben. Alter. Gib mir mal ein ganzes Schwert. Gib mir mal ein ganzes Schwert. Okay, warte. Achso. Das schenke ich dir. Dankeschön. So, auch Schärfe 4, ganz. Ja, verzaurte Rüstung, die ganz okay ist, ja. Ich würde sagen, sollen wir den Kampf... Jetzt bist du auf jeden Fall besser equipped als ich. Aber du hast jetzt gleich ein Schwert. Ja, aber ich weiß nicht. Ich rechne eigentlich nicht damit, dass wir viel im Nahkampf kämpfen. Alle treffen. Da unten ist noch eine Quelle. Ja, ich will da gerade hin. Meine Spitzhacke ist die Moment kaputt. Und du hast die Sticks. Kannst du ihm deine Spitzhacke geben und eine neue craften? Mir fehlen auch nur noch drei Level. Hallo? Gibst du mir die Spitzhacke? Ja. Hier. Kannst du sie aufheben? Nee. Na, ich dachte schon. Hebst du das einfach wieder auf? Aber kannst du vielleicht dafür Dingens machen? Was? Mir noch ein Verzauberungsdicht kurz hinstellen, dann kann ich meine auch wieder verzaubern. Äh, nee. Weil du hast ja jetzt die Überspitzhacke bekommen. Die mit... Die mit Effizienz und Haltbarkeit. So. Angell kann man nicht verzaubern, ne? Effizientz und Haltbarkeit nochmal. Loll. Rofalcopter. Was passiert denn, wenn ich ein Schärfe 1 buche und mit einem Schärfe 4 Schwer zusammen packe? Nix. Nix, ne? Nee. Das wäre super einfach, Alter, wenn das gehen würde. Das wäre echt ein bisschen, äh... Einfach so innerhalb von einer Sekunde Schärfe 5, ey. 18 Level jeden Moment. Dann fehlt nur noch ein Level. Alter, krass, es ging viel schneller als ich dachte. Ach man, Hölle. Warum bist du nur so toll? Hey, da oben sind noch Sachen. Komm, hast du den Verzauberungsdicht mit dem? Ja. Brauchst du dich runterfallen? Achso. Ich wollte schon sagen, da baust du nicht ab. Oh, den hat man verloren. Ich steh grad hoch. Ich steh grad hoch. Geh weg. Hol dir die Sachen schnell, hol dir die Sachen schnell. Stimmt. Ich steh weg da, damit ich keine Erfahrung kriege. Wir werden jetzt auch gleich gekickt. 19 Level. Pack den Verzauberungstisch irgendwo hin. Hä? Du brauchst den Verzauberungsdicht nicht. Achso, den Amboss, ja. Ja. Pack ihn hin. 20 kostet es jetzt. Hä, 20? Fuck. Ja, hol dir doch ein Level. Ja. Da vorne, da vorne, schnell, schnell, schnell. Ja, geh doch weg. Warum gehst du nur da hin? Willst du mal zeigen? Alter, wir werden jeden Moment gekickt. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Den Apolluten werden wir weiterhin aufnehmen, weil sie wollen vorproduzieren für Weihnachten. Scheiße, ist hier nichts mehr? Doch, hier ist noch was da unten. Kannst du da hin? Nee. Kannst du dich ja außen rum? Alter, fuck, nimm den Amboss mit. Nee, kümmere dich um den Amboss. Ich kümmere dich um den Amboss. Ich kann auch hier den Bob eben töten. Nein. Ja, ich weiß. Lass das mal. Hol mal den, hol mal das Spaß. 20 Level. Stell hin. Ja, ja. Stell einfach hin, Simon. Hast du Chef 5? Chef für 5. Sehr gut. Oh, warte, ich nimm's mit. Ja, perfekt. Perfekt, perfekt. So, nächste Folge. Komm hier in die Ecke. Ja, Quir, wir haben's geschafft. Im Leben. Nächste Folge wird gekämpft. Hoffe ich doch. Ja, ich denke mal. Alter, ich renne gleich in die Reihen. Alter, ich bin mal gespannt jetzt. Ich bin mal gespannt. Ja, ich auch. Ich auch. Ja, wir warten dann nochmal eben, bis da wieder wer neu aufnimmt und dann können wir eigentlich suchen gehen, ne? Ja, also wir sind jetzt eigentlich gut ausgerüstet. Also wenn wir jetzt sterben, ist das halt egal. Also wir haben jetzt wenigstens zu gut ausgerüstet. Jetzt ziehen wir in den Kampf. Ja. Na ja, gut, dann bewertet unsere Parts. Bis 18.30. Tschüss. Tschüss. Ja. Deine.